Ja, Future Trend 2011 Überall Kameras, überall Polizei, überall wird gefilmt, überall live dabei, überall registriert, überall Sicherheit, überall ist sicher, dass ihr nicht sicher bleibt, überall wird alles aufgenommen, wann bin ich gegangen und wann bin ich nach Hause gekommen? Wir wissen alles, Vater Staat ist überall, auf unsere Freiheit ist das ein Überfall, überall im Internet, am Telefon, der Terrorismus, rechtfertigt das schon am Bahnhof, zu Hause oder der Bankepark an der Tanke, ach verdammt, das ist krank, auf Schritt und Tritt, verfolgt und begafft, mit wem man sich trifft, was man ist und so macht, kaum ein toter Winkel, kaum ein Freiraum und wenn er doch da ist, dann werden sie bei uns vorbeischauen. Reinschau, Reinschau, Polizei, Kameras, Polizei, Kameras, Polizei, auf unsere Freiheit ist das ein Überfall. Geh dein Finger ab und ab und scann deine Netzhaut, sie tu, dass du deine Daten selber ins Netz haust, der Gesetzgeber baut doch dich und deine Rechte ab. Es scheint so, als hätte Georgi wohl recht gehabt, faktisch war er ein bisschen naiv, denn was es heute gibt, ist nicht 1984, sondern praktisch viel mehr. Wir haben 2011 und sind Teil einer völlig verzweifelten Welt, wo die Reichen in Geld schwimmen wie Dagobert Plack und dem Rest wird das Leben in Armut verbracht. Und auch wenn der Staat verhasst ist, schafft er es doch, dass Armut normal wirkt und knast und auch Kops und die Zeit noch nicht da ist, wo viele sich fragen, wieso rundig trainiert, aufruhen, niederzuschlagen. Und die Angst vor nem Anschlag, Gedanken erstickt, wen im Endeffekt wirklich der Panzer beschützt. Das ist nicht RTL 2 oder RTL Super, das ist unser Leben und ihr seid nicht unser großer Bruder. Bald geh ich nur noch vermummt vor die Tür, ihr zwingt uns dazu, sagt, was wollt ihr denn hier? Was wollen sie von hier und was wollen sie von mir? Es war von uns eine Doku drin, als wären wir ein Tier. Dieses Land ist ein Schrottplatz, sowas von hässlich und rennt man hier draußen rum, ist man sofort verdächtig. Das ist nicht Satz 1, das ist tatsächlich Krieg, wo sich Spielsatz und Sieg, wie er Spesatellit, entscheidend. Und die Wohnung des Ziels observiert und dann mittels einer Drohne erschießt, wo's jeder Weltmacht problemlos gelänge. Jede Großstadt der Welt etwa zehnmal zu sprengen, weil Flugschar nicht reichen, werden Schwerter verteilt. Und statt Freiraum zu schaffen, die Erde befreit. Reit, 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 reit. Das ist ein Überfall. Reit, 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 reit. Reit, 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 reit.